um die du mit dem und boom um die wirst du übrigens das sich die kisten die du gesehen gefärbt hast rot weiß grün grün weiß rot das italienische flage hast du schön gemacht ja ja war mit absicht war es mal mit absicht so greif und ich habe mich auch italienischen t-rex wir haben wir haben doch schon bella italia der greif und ich wir haben jetzt vor perlen zu sammeln oder einfach mal alles was unterwegs unter unter wasser zu finden ist perlenöl und kristalle und deswegen haben wir jetzt einmal hier delphine und einmal den flipper und dann kann das ja hier mal losgehen also ich habe glaube ich mein mein delphine glaube ich ein bisschen zu extrem für für speed gespielt wahrscheinlich ja das ein bisschen weniger ich habe mir glaube ich dafür dass ich bin ja wie viel stamina hast du denn ich habe 660 756 und der fährt ja kein leben der hat 340 wir haben einen hat 535 und wie viel militer mit 278 dann habe ich 397 die das ist wir zeigen mal ganz kurz den wie heißt er den langen hals dinosaurier unter dem wasser der plesiosaurus den zeige ich mal ganz kurz hier im letzten nee können wir nachher noch ist noch da da kommt einer vorbei achso okay aber scheiße das fing die weg in dem und zwar zwischen wittes insel das ist ein kunst so ein motorbo dann zwischen wittes insel und hier dieser felsformation dort unten im wasser wieder am kartenrand eigentlich könnte man direkt mal zum kartenrand schwimmen ok wie viel hast du eigentlich oxygen bei deinem charakter 160 oxygen oxygen habe ich bei mir 240 schon ne ich hab 160 das reicht eigentlich so jetzt können wir eigentlich schon runter ne nö 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 bleiben wir beiler an der rand kartenrand kartenrand ist ja der kartenrand finde ich total bescheuert dieses netz ok mal kurz gucken sind wir jetzt hier ne wir müssen noch ein stückchen weiter wir müssen das freut nur dass man die karte nicht aufrufen kann nicht aufrufen kann aber ich könnte mal hier kommt ein riesengroßer steinfels unter wasser so eine formation wo bist du jetzt hin ja hinter dir ähm ne wir müssen aber noch ein stückchen weiter wir müssen warte mal wir sind jetzt hier vor der küste von der halbinsel ne wir müssen weiter wollen wir es kurz ähm war nicht so schnell ich habe hier eine ähm eine ölquelle gefunden und die möchte ich kenne noch abarbeiten wo bist denn du jetzt ich bin immer noch an der gleiche stelle wo wir uns gerade eben ein bisschen weiter richtung bitte wird das insel fahrer hier bei meiner stelle glaube ich kann noch mal runter stop boah fette felsen so ist ich bin jetzt mal wieder auf den boden auf den grund und suche nach dem hier ist sie flasen hier ist sie sie ist bei mir schon wo bist du ähm hier ist ein 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 greifen schon an zwei stück sind hier ähm ich kann es hier schlecht beschreiben ich sehe dich ja ja hier direkt rein okay okay ich hänge fest ich auch ich hänge auch fest okay ach wir sind da schon am wasser ah könnte es sehen hier ist es hier der plästis der plästis ist hier drin er ist drin raus shit da kommt noch einer sind zwei weg hier shit shit das war jetzt gerade mal heftig ich will gerade absteigen ich will gerade absteigen komm mal her ich zieh die mal weg okay ich bin schon wieder in Richtung Höhle ja ich zieh die mal weg ich glaube aber dass die gleich wieder zurück kommen ich kann ich muss auch tauchen erstmal kurz was schwer hier an die oberfläche zu kommen so ich warte jetzt mal noch ein paar minütchen oder eine minute in der hoffnung dass jetzt keiner kommt na die drehen gerade wieder um ich lenke die ab sammelt nun mal ich lenke die ab hallo ihr hübschen hier kommt man ja gar nicht rauf ne boah ist das schwer ich komme echt nicht rauf auf die position auf die plästis ich muss kurz was essen die delphine sind aber auch nervig hier mit der anderen in so einem Schuss sooo das wollen wir erstmal hier dreip mal einen an oh 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 ich glaube der war level 35 oder so Ich habe es mir anders überlegt mit dem Angreifen. Wie viele Höhlen gibt es unter Wasser? 12 12, okay Boah, ist der Sport, dreht er sich schnell um. Aber er macht richtig viel Schaden. Sonst komme ich noch Low. Schade, dass die, äh, ähm, Rex Kibble haben möchten. Ja. Wie lange dauert es denn, wenn man die normal zähmt? Was wollen die überhaupt? Hm, Prime Meat denke ich mal, oder? Ja, das ist ein Prime Meat, ja. Das koste ewig. Wie sieht es aus bei dir? Ich bin doch am Abarbeiten hier. Sag mal, hier folgen mir gerade sechs Delfine, ey. Was ist denn los für euch? Die stehen auf dich. Die stehen auf dich. Eigentlich wollen sie dich nur blockieren, damit die... M-Mosa-Sau... Naja, das sind so ganz fiese Delfine. So, ich hab's gleich geschafft hier. Boah, die sind aber echt fix. Mann, das ist ja hier gerade drüber. Vor allem in dem engsten Raum. So, jetzt drehen sie wieder ab. Ich kann an die Luft. Pfff... Boah, die haben jetzt aber doch ganz schön was abgezogen. Die haben jetzt drei oder vier mal hintereinander getroffen. Da war schon fast die Hälfte weg. Hm, ich werd hier gerade angegriffen von der... von der Mücke hier in meinem Zimmer. Präst du nicht? Delfine machen mich wahnsinnig. Die mir ist sowas von ab, die Nerven. So... Haps. Komm wieder raus. Ja. Sind sie denn? Wo sind sie denn? Hä, hä, hä? Wo sind sie denn? So, wenn man die angreifen lassen, dann nehmen sie los. So, wenn man die angreifen lassen, dann nehmen sie los. Ah, da hinten ist einer. Zwei. Wir treffen uns bei Wirtes Insel einfach. Ich glaub, bis wir es jetzt gefunden haben. Boah. Du bist eh schneller. Da sind schlecht gelaunt, ne, die Typen. Jajaja. Ausgehungert. Ja, ich will nicht wissen, was die für'n Fleischbedarf haben. Aber die anderen Delfine haben die ja nicht angegriffen, ne? Nee. So, ich bin im Hafen. Ich bin schon. Unterwegs. So, irgendein Tier hier, was ich töten kann, damit er noch Fleisch hat. Da ist er. So. Ja, weil der hat noch ein bisschen Fleisch. Der Witter hat sein Boot blau gemalt. Voll der Balkon mit, mit, äh... Mit Grün. Mit Grün. Dann bestimmt Hanf. Jetzt gibt's nochmal eine, hinter der Ösen. Hier? Ja. Voll gemischt. Hier sieht das richtig toll aus. Im Hafen. Unter Wasser. Mit den Korallen. Jetzt ist mal links. Der Hai. Oh, da ist der Hai. Verfrühstücken wir, Alter. Machen wir Platte. Doch. Oh, Fleisch. Ja. Ich bin weiter der, der, der Küste entlang geschwommen. Ganz langsam aber. Ah. Äh, wir müssen uns auch ein bisschen rein, dass wir dunkel. Dann muss ich erstmal gucken. Wir sind hier. Ja, ich glaube jetzt müssen wir einfach nur noch nach Osten an den Kartenrand. Ist schon weiter geschwommen? Ja. Ich bin direkt zum Kartenrand. Oh, es ist dunkel jetzt aber langsam. Noch sehe ich. Ah, da bist du. Wo siehst du mich denn? Ach da. Oh. Kommt das ungefähr hin? Ja, das müsste ungefähr hinkommen. Ah, Atemrand. Leiser. Und runter. Oh fuck, ist das tief. Oh fuck. Ach du Scheiße. Was ist dunkel? Oh. Da ist der Moser. Da ist der Moser, Faubus. Siehst du? Ja, reift schon an. Oh. 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 Oh, ich habe gerade sein Maul gesehen. Ich muss mal auftauchen. Ich auch. Also ich bin zwar nur bis zur Hälfte, aber heftig. Wir müssen gewünschen, wo der Moser Saugus ist. Ja. So, hier ist die Insel. Ah, das ist ja echt nicht weit von dem. Krass. Ich bin direkt bei der Insel hochgeschwommen. Du bist du? Ich bin ganz unten im Wasser wieder. Ich suche die Insel. Ich habe die Insel, die Höhle gefunden. Okay. Wie weit war das dann noch? Weiß ich nicht. Ich komme mal hoch. Ich komme gerade. Oh, das ist Plesio. Aua, aua, aua. Der ist genau, die Höhle ist genau bei dem Typen. Bei dem, äh. Na toll, ich habe den Plesio noch hinter mir. Ne, ich muss hoch. Voll schlecht gelaunt, hä. Dann sammle du da auch nochmal. Ich kann gerade nicht. Der Dicke ist hinter mir. So, ich bin genau hochgekommen. Und wie weit bin ich von der Insel? Sind die fucking Insel? Ach da, okay. Ist gar nicht so weit. Kommt der eigentlich an die Oberfläche? Ne, die sehe ich nicht an die Oberfläche. Aber, man sieht die Höhle übrigens auch von, ähm, von, von der Wasseroberfläche. Wenn du genau da bist, dann siehst du unten drunter das Blubbern. Ah, okay. Lustig. Wo bist du? Bist du jetzt zur Insel? Ich bin oben an der Insel, ja. Ich gehe jetzt nochmal runter. Es ist vielleicht 22 Uhr. Es wird stockdunkel gerade. Ich gehe nochmal runter. Vielleicht habe ich Glück und... Ne? Magst du ein bisschen? Ich würde sagen, wenn wir übernachten hier dann erstmal auf der Insel. Da wollen wir gleich weiter. Boah, ist das fucking dunkel? Oh, ne. Ne, das Problem ist, im Dunkeln siehst du den Himmel nicht mehr und weißt nicht mehr, wo du hin musst. Ja. Das ist... Wir können weiter schwimmen. Wir schwimmen weiter in den Norden. Glaublichst du. Ja. Was? Also, weiße. Wir können einfach mal in den Norden schwimmen. Jo. Übrigens hier, ähm, rechts von dieser Bucht ist auch nochmal eine. Das heißt rechts wieder zum Kartenrand oder hier direkt hier unten? Ja. Ja, ne, Moment. Bis hinter mir noch, ja. Ja. Etwa... Ihr jetzt direkt rechts. Da gehe ich mal ganz kurz runter. Den Kartenrand aber lieber. Ich gehe mal ganz kurz hier runter. Oh, geht das tief hier runter. Oh, alles voller Muscheln. Oh. Alles voll. Oh. Kann ich hier absteigen? Ist gesund? Ich würde es im Dunkeln nicht probieren. Mach es lieber am Tag. Oh. 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 Ich bin tot. Was? Der, 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 dieser riesengroße Halssau hier. Oh, nein, nein. 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 Oh. 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 Oh, ko stations noch schaffen. Kann ich das noch schaffen? Nein. Der hört mich gleich. Geschaffst du? Oh. Boah. Ich bin zu tief runter. Ich habe keine Luft mehr. In 5, 6, 7 bin ich gleich tot. Nein. Oh. Nein. Schnell. Ich sehe den Himmel schon. Ich sehe den Himmel schon. Ich seh den Himmel! Ich seh den Himmel! Nein! Und mein Delphin ist auch tot! Oh nein! Boah! Ich bin aber ganz über der... Ist mein Sack eigentlich... bleibt der genau da? Dort oder geht der runter? Ich glaub der singt zum Boden. Fuck! Ich bin nämlich an der Oberfläche gewesen! Fuck! Shit! Born aber dann jetzt beim Witte! Boah ey! Oder... Spawn bei... Z... Äh... Wer ist denn bitte? Z... Ich kann ja bei unserem alten Bett, ne? Spawn. Das ist auch dort. Alten Bett? Unsere alte Position weiß nicht mehr? Achso, äh... Ja, kannst machen. Ich glaub ich dort besser. Oh! Scheiße, der Delphin ist tot! Und wie viele Perlen du wahrscheinlich jetzt hattest, oder? Ich hab recht viele Perlen gehabt. Mann ey! Deswegen sind wir eigentlich losgegangen. Boah ey, ich hab mich jetzt gar nicht voll... Wir kommen jetzt zu der alten Position. Oh... Du meinst doch dort, wo auch die... Die Höhle ist, oder? Genau! Dann komm ich jetzt da hin... Boah! Man hat ja 15 Minuten Zeit, die zu finden. Dann nimmst jetzt mein Fisch gleich. Und tauchst mal schön runter und guckst mal, ob du ihn findest. Wow! Boah, jetzt hab ich mich erschrocken, als er mich gebissen hat. Und ich weiß nicht, warum ich vom... äh... Ich bin vom... Vom Hai gefressen worden. Als er mich gebissen hat, bin ich runtergefallen. Was? Ich bin jetzt... Das, wo die Höhle ist. Okay, aber du musst noch was warten. Ich muss ja noch das... äh... dorthin laufen. Okay. In der Hoffnung, dass hier nichts ist. Keine bösen Tiere. Ich find's ja schon gruselig, jetzt im Dunkeln mit dem... Dunkel zu sein. Ich find das gar nicht so dunkel. Bei mir ist das nicht so dunkel. Ne, bei mir ist schon dunkel. Äh, ähm, unter was da ging das eigentlich gerade? Also, um mich herum hatte ich ja noch so ne... recht große Range. Ups. Reck mal an was. Feuer machen. Da seh ich dich schon. Boah, hab ich mich erschrocken grad. Ich hab mich so erschrocken, dass ich grad... Ich bin sogar... mit der Hand von der Testatur gerutscht. Scheiße. Ähm... Wohin muss ich? Ähm, ja. Ich hab ganz ehrlich Angst, da mitten jetzt noch noch den zu verlieren. Das Problem ist... Was war das denn? Wo hast du gesagt, dass ich runter gehen müsste? Hier, ne? Oder? Äh... Oder muss ich noch weiter? Ne, noch ein Stückchen weiter, mein ich. Glaub mal. Ich meine hier etwa. Wo ich jetzt bin. Du meinst, du bist sicher, dass der Sack auf dem Boden sinkt, ja? Hundertprozentig nicht, aber... Ich mein, ich glaube, Vixi ist es auch schon passiert, dass der Unterwasser gestorben ist, weil er ertrunken ist, und dann hat er den aber wieder auf dem Boden gefunden. So geht mir jetzt hin. Boah. Herzinfarkt. Das Problem ist... Im... Im Dunkeln... Im Dunkeln... Im Dunkeln wusste ich jetzt nicht ganz genau, auf welcher Position ich war. Ich bin einfach nur hoch, 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 hoch. Boah. Oh, der hat mich echt super lange verfolgt. Ja, die verfolgen dich, glaube ich, bis du in der Nähe der Oberfläche bist, dann lassen sie so ab, irgendwann. Aber sonst verfolgen die dich ewig, wenn du nicht zu schnell bist. Aber der kam auch aus dem Nichts, äh. Der hat auch echt schnell. Ich hab mich so lange umgedreht, die ganze Zeit geguckt, wo was kommt. Auf einmal beißt der zu. Oh, Mann, und ich flieg von dem Scheiß, vom Scheiß-Delfin. Die sind aber auch echt fix. Dafür, dass sie so groß sind. Der Musasaurus, da bist du schon relativ schnell weg. Der ist langsam. Aber der Plesius schneller als ein Hai. Und größer. Könnte jetzt mal wieder Tag werden, so langs. Der ist 2 Uhr. Ich bezweifle ja stark, dass ich den nochmal finden muss. Aber man soll ja nichts unversucht lassen. Okay, hier war ich gewesen. Und dann bin ich hier hoch geschwommen. Boah, ist das mega gruselig hier unten drunter. Ich bin wieder am Verhungern. Hast du was zu essen? Ja. Ach, da bist du. Kann einfach absteigen, ne? Ja. Ja, unter Wasser ist nämlich, ähm, recht kalt. Gold, gold, gold. Boah. Ich will meine Rüstung wieder. Ich habe meine Eisenrüstung gehabt. Ja. Und wahrscheinlich um die 100 Perlen. Das können sein, ja. Weil du holst aus jeder mindestens 50 oder so. Nicht sogar noch mehr. Ich habe ja aus der einen, habe ich jetzt 80 Perlen oder so. 60? Ne, 60 meins. Ich weiß, wo ich, wo ich, wo ich gestorben bin sogar. Aber der Sack, den sieht man so schlecht hier denn zwischen den ganzen Korallen. Ja. Ich war hier und bin den Berg hoch geschwommen. Ich bin um mein Leben geschwimmelt. Ja. 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 man sie ist die 15 minuten vorbei schon keine ahnung ich war aber noch ich glaube noch nicht ich war hier ganz in der nähe das ist natürlich immer so wenn man keinen horizont hat weiß nicht genau in welche richtung man muss also kein ziel dann schwimmt man meistens im kreis oder sogar in die gegensätze richtung da kommt er ja da kommt er doch nicht zu am fieben haben einen vorteil ist einfach die lehrtasse und schwimmen die von alleine bergauf äh haben die wassertiere nicht ich sehe nichts ich habe keinen plan wo ich gerade schwimme fack die schütte das ist ein ganz anderes gefühl hier unten aber so ist besser suchen kann man besser suchen echt schon besser ich gehe mal ganz aus nächstes noch die letzte runde schwimmen und dann lasse ich den scheiß sein sei egal so wichtig sachen hatte ich ja nicht die rüstung ist total schade manche wieder kraften reisen aber die perlen werden er das dann ist er wieder der penner hat mich gefressen hat durch die perlen intus aber der hat auch in den range total aggro ja ja gut hunde Oh, da kommt der fucking Schütter. Der sieht man ja auch gar nicht. Nee. Ich lass das sein. Ich hab keinen Bock mehr. Oh, ey. Mist. Jetzt komm ich hier gar nicht weg. Wo bist du eigentlich? Vor dem Höhleneingang, da war es ein Lagerfeuer. Da hab ich Fleisch gemacht. Komm mal. Komm mal jetzt mit dir. Ich paddel rüber zum Bitte. Hast du noch was zu fressen? Ja. Ich bin wieder erfroren. Ich bin wieder erfroren. Eieieieiei. Dankeschön. schilder der delphi hat leider angegriffen dass das probleme von ihm gewesen neutral er ist auch neutral hat er nicht machen sollen sonst hätten wir es wieder geschafft nämlich gerade ein paar ültiere auseinander ich will hier gerade wie hier rüberkomme ich müsste schwimmen ja oder du kannst den adler vom bitte kurz schnappen und mich abholen kommen wird er zwar auch wiederum geheult nirgendwo was so lange war die ließen im kindergarten wird mein Schäufelchen weggenommen ich mache hier so lange ein paar Öl verschollen 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 nein man schnappen der generator ist echt mega laut ich bin gerade an der basis vom set glaube ich ne von bitte er ist ultra laut und auch sag jetzt nicht die haben was denn kein sattel die haben pincode drauf gemacht achso ok ja ja vielleicht kann ich da drüber springen du kannst aber auch ähm du kannst aber auch zum hier zurückschwimmen und meine messerschwimmen ja ich rufe ihn jetzt einfach vom folgen genau aber du musst ja auch nachher wieder raus ja dann kann ich von oben runter springen ok so unterwegs hätte sie nie im leben überlebt hätte ich vorher ein Hai weg geschnappt ja denke ich mir auch ich bin hier oben oder wärst einfach einfach abgesurfen ich bin hier oben bei dem alten Haus weißt du noch die Position ja ja ich mach dir Feuer S.O.S. du musst auch noch Morse Zeichen mit dem Feuer machen die 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 weggefressen worden von dem Ding aber ich verstehe nicht warum ich ähm warum ich von dem runtergebissen worden bin vom vom Delfin das verstehe ich auch nicht links 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 ja ja äh äh schnapp Bibi Bibi ist das oh das ist der vom Delfin der der richtig viel Stamina und ist richtig schnell sehr schön da hängt er wie so ein nasser Sack ja das ist wirklich ein nasser Sack das war wirklich hier ein Flüchtling kommt hier Merci Merci achso wie laut der Generator ist äh von hier hört man das jetzt nicht ähm ne hier geht's noch aber wenn du mal hier zum Haus runterläufst ja mega laut und unangenehm ist das ok ich mach jetzt hier mal einen Cut und äh frag mal den Witte oder dem Z ob ich mir einen von seinen äh Delfinen leihen kann damit ich wieder nach Hause komme also bis gleich Tschüss schutz schutz